Ich hab keine Falle geworden, nein, nein. Hallo, mein Name ist der Hand. Oder? Alles ist ab. Was machst du da? Alles wunderschön, guten Abend. Ich geb meine Pflicht als Admin dran. Nein. Doch. Und wir fangen jetzt an. Dein Name ist Nick. Oh, ja, der ist rum. Und dann bilden wir... Genau. Halt die Klappe. Wir machen das richtig. Wir haben jetzt zweieinhalb Stunden für nichts und wieder nichts gewartet. Jetzt machen wir das auch. Aber vielleicht bei Tag wäre nett. Jerry, komm her. Ja, mach ich. Jerry, 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 Jerry. Ach so, das wollt ihr machen. Ach so. Ich dachte, ah ja, okay, dann könnt ihr schauen. Das machen wir nicht so, wir machen so. Aber das ist für dich die Geräuschkulisse, okay? Hm. Äh, was ist das? Warte. Paponime. Äh, Heil. Äh, Essen. Hungrig. Nein, das ist... Harry. Nein, das hier. Was machst du? Das ist... Hallo. Ich war... Unsichtbar. Bei mir warst du gar nicht unsichtbar. Ich war aber bei mir unsichtbar, deswegen. Essen. Äh, Wichse. Vom Mund wegwischen. Niesen. Nase. Puppeln. Headbangen. Jerry-Interpretation. Hallo. Okay, kann man starten? Ja. Bei mir lebt noch P. Was muss ich machen? Ich drück alles los. Lebt bei mir noch. Ja, wir sind hier noch nicht zusammen. Meine Aufnahme läuft grad schon. Ja, meine auch. Meine nicht. Meine nicht. Meine schon. Weil ich lauf neben du Lappen. Ich auch nicht. Ja, ich nehm ja auch für dich. Für uns. Entschuldigung. Ich darf nicht in dieses Ich-Denken reinkommen. Nee. Nee. Es riecht nach Bratwurst. Ich hab was zu essen. Hier geblieben, Jerry. Außerdem funktioniert das doch gar nicht bei uns beiden. Weißt du, wenn der Alpha-Chef sagt, hier geblieben und der kleine Chef wieder zurückkommt. Jerry, außerdem funktioniert das doch bei uns beiden gar nicht mehr. Guck mal, wo jetzt der kleine Chef richtig rumhäut bei der großen Chef, den richtig in den Da. Der da. Der da, der da am Eingang steht? Der da. Oder ist es die da, die sich an der Nase dreht? Oder ist es die da, die mit dem einen Hintergruß rüberkommt? Tja. Dazu sag ich nur eins. Warum gibt's hier für einen Dings? Das kann man doch einfach selber machen. Ja, ja, ne? Jaaaah! Bist du Sparta? Das sind Spacken, Leute. Sag ja, der Schwarze. Ja. Ich darf das auch. Also, jetzt können wir mal anfangen und es wird wieder Nacht. Ja, eben. Also, ich... Also, das ist... Wie gesagt, meine Aufnahme läuft. Wie gesagt, meine Aufnahme läuft. Ich fang erst mal mit Hallo an. Tja. Wie gesagt, meine Aufnahme läuft. Woher? Ja, meine auch! Jerry? Du hast keine Augen mehr. Jerry? 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 Jaaa! Läuft deine Aufnahme? Ich bin dafür, dass wir alle wingen. Jaaaah. Da. Du bist so behindert, ey. Was machen wir jetzt? Aufnehmen. Ja, aber... Juh, haja. Ja, hallo. Ja, ja. Also, laufen wir Aufnahmen. Jerry? Ja, es läuft alles, Mann! Wie ist immer ich? Jo, Leute! Und damit willkommen zu Minecraft Magic Power. Mit Jerry. Hi. Super Sykes. Hallo. Und Red. Hallo. Ja. Ja. Ihr seid so behindert. Warum? Ich muss nur in die Kamera. Hallo. Es ist alles für die Kamera. Hallo. Ja, wir wollten eigentlich schon seit zweieinhalb Stunden starten. Wir haben hier ein paar Bekloppte dabei. Hallo. Ich werde als erstes geschlagen. Als erster Mann im Projekt geschlagen. Wie sehe ich das gehört? Ja, ich höre jetzt auch in das Buch der Rekorde. Das ist das Projekt vom Modpack Magic... Mechanic? Mechanic? Mech... Mech... Mech and... Magic. Mech and Magic ist das Modpack. Oder Magic and Mech. So rum, anders. Nein, Mech and Magic. Nein, Mech and Magic. Ne. Doch. Doch. So, anders. Das Projekt heißt Magic Power zwar, aber das... Dieses Modpack heißt halt so. Jaaaa. Okay. Gut. Ich glaube, bevor wir uns weiter blamieren, sollten wir mal losfahren. Ich würde sagen, weil es schon wieder dunkel wird, ne? Ja. Bevor es wieder dunkel wird. So, wenn ihr essen wollt, so mein PC bei euch. Ja. Weil Jerry und mir funktioniert das ja nicht mehr, weil wir das ja immer ausgetestet haben. Wir kommen rein. Echt? Geht das gar nicht weg? Nein, geht nicht. Hab ich doch schon mehrmals gesagt. Nicht der Knopf, der sich in ein entferntes... Na dann. ...zifiziert wird und von wo aus du dein Leben hier in Magic Power beginnen kannst. Ich und mein Team sind bereit. Hier zum Beispiel kannst du ein kaputtes Portal sehen, welches in eine Geschichte geführt hat, die leider durch Probleme und fehlende Erfahrungen zugrunde gegangen ist. Was für ne schöne Anspielung. Dann das? Auf meiner Rechten ist ein Samen eines Portals, welches bald seine Geschichte erzählen wird. Irgendwie könnte er mit dir sein. Ich bin bereit. Ich und mein Team sind bereit. Ja. chcteur.. ...nach anstatt das weiter vorzulesen. Ja schau. Ok. Wenn du Teil eines Teams sein solltest bitte erst in der Anwesennheit eines Ablins. Wir haben sogar zwei auf den Knopf drücken, damit eine Person random telepathiert wird und der Rest vom jeweiligen Admin hinterhergeschickt wird. Sollte sich kein Admin hier befinden einfach auf Discord nachfragen. Soll ich das wirklich ernst vorlesen? Sind bereit. Sprich mich nochmal an, um die Belohnung zu bekommen. Ja, das ist für euch. Das müsst ihr halt beide machen. Dann müsstet ihr Essen kriegen. Habt ihr jetzt auch, ne? Ja. Kompleted. Thanks. Jetzt möchte ich noch zu dem da hinten. Wo kommst du mit? Zu dem Kleinen, wo Jerry sagt, das sieht aus wie ich. Ich finde seine Lüge. Ach nee. Kommt ja das alles in seinem Pickersaal. Okay, na. Wenn das nicht einer der zukünftigen Bewohner vom Magic Power Projekt ist. Na, willst du mal raten, was das hier für ein Portal ist? Ein Portal für ein neues Projekt, schätze ich. Ein Portal zu deiner Mutter. Ja, ist klar, Jerry. Das ist halt, das ist halt. Ei, genau. Dieses Portal braucht noch seine Zeit, aber irgendwann wird es den Weg zeigen. Den Weg in ein Abenteuer, wo es noch nie gegeben hat. Wo es noch nie gegeben hat? Den Weg in ein Abenteuer, was es so noch gibt. Noch nicht. Also, zu meiner Verteilung, mein Deutsch ist very, very gut. Es ist sehr spät. Es ist sehr spät. Es ist sehr spät. Es ist sehr spät. Du musst du nicht durchlesen. Du musst aufnehmen. Weil du angefangen hast zu lesen. Rise of Gods. Weil du angefangen hast zu lesen. Ein Abenteuer in die nordische Mythologie erlebe. Das Zeitalter der Götter und Riesen. Warum sind Riesen nicht gleich Götter? Ach, egal. Mehr darf ich aber leider noch nicht sagen. Hehehe. Das kam definitiv von Jerry. Aber lass es dir eigentlich gesagt sein. Ende des Jahres wird die Welt wieder den Arsen gehören. Hust. Hehehe. Mit Sicherheit also nicht. Nicht. So. Das haben wir getan. Das haben wir getan. Das ist ein Portal. Das ist schön. So. Wir können ja mal kurz zum Portal gehen, was in die falsche Welt geführt wird. Ah ja. Genau. Was kaputt ging. Also, Rise of the Kingdom. Für die Leute, die es kannten oder noch kennen sollten. War ein schönes Projekt. 14.04.2018. Durch Bugs und Probleme ist das erste Projekt. Gescheitert. Ende. Tja, weil so viele Leute gedrängelt haben, dass sie das unbedingt machen wollten. Red Eye. Hä? Gut, und jetzt haben wir das so gemacht, dass wir halt noch einen Command Block hier stehen haben, dass die Teams, wir haben ja vier... Fuck off! Idiot. Du bist doch voll idiot. Also, meine Damen und Herren, so funktioniert das. Man springt einfach YOLO drauf und es ist halt weg. Das ist halt noch in der Welt. Dass wir so mehrere Teams haben und dass einer von denen dann raufspringt oder raufdrückt, wie auch immer. Und die anderen dann hinterher geportet werden. Dass also random in der Welt verteilt werden. Ja. Dann mach mal, Red. Habt ihr Matten? Ich muss das, okay. Bringe in der neue Welt. Ja, leider, Madu! Ey, jetzt hat das... Hat gar nicht funktioniert. Toll! Toll, okay! Der am Nassen dran stand, müsste weg sein eigentlich. Nö. Okay, 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 ich bin da. Ich sehe nichts, es ist dunkel. Lösch. Polarlichter, meine Damen und Herren. Es schreit mir eben was in die Ohren. Super psychs. Es schreit dir irgendwas ins Ohr. Ja, ja. Moinsen. So, und wir fangen jetzt hier direkt an, hard zu powern. Äh, wollen wir nicht über den Tag machen? Hi, Jerry. Nein, ist egal. Also, ich bin hier vorne gespawnt, ne? Also, ich bin so, was ja denn. Ja. Siehst du, da verlassen wir uns jetzt, oder? Ich würde sagen, ihr verpisst euch und wir... Also, ihr seid nicht unter unserem Ding. Ihr verpisst euch, okay? Wir sind hier die Chaos-Truppe. Zentus, schieb mich mal bitte. Geht das überhaupt hier? Ja, ja. Du bist an, Junge. Und vielleicht nerf ihn nachher nochmal wieder, wenn ihr noch da sein solltet. Ja, ja, genau. So werden wir das machen, meine Damen und Herren. So. Schauen wir mal. Wir sind hier... Ja. Können wir mal gucken. Bis dann. Tschau, tschau. Tschüssi. Loll. Was? Warum haust du mich? Nee, weil du mich nicht... Weil ich alleine war. Ja, hör dir doch. Ich bin mir im Haus. Guck mal, wir haben dort da. Moinst du das an? Moinst du... Was hast du gefunden? Okay, hier ist ein Spawner, hier ist ein Spawner. Da sind immer Spawner, weißt du doch. Wüsste nicht. Ich hab hier ein paar Items, ich hab ein paar Items. Komm, aber lieber unten weg, sonst... Ja, ja, ich fisch schnell nur die Items. Oh, klar. Warte raus hier. Monster sind an, ne? Hä? Äh, ich hab jetzt ein paar Sachen schon in den Eimer. Monster sind nicht an. Oh, und ich beeil mich so... Wir haben Evilcraft. Oh Gott, ich hab Blut. Evilculti 2. Wir hatten erstmal ausgemacht wegen dem Spawn. Und jetzt ist es wieder an. Alte Schinken... Ich hab ein paar Sachen, die cool sind. Ich weiß jetzt nicht. Wollen wir Tag machen? Ich bin draußen. Und bist du gerade rausgerannt? Ja. Äh, da ist schon was gespawnt rechts und die Glitzern so komisch. Digga, was hast du getan? Warum haben wir nicht erstmal Tag gemacht? Man hat keinen Tag machen. Okay, aber ich hol mir schon mal Holz, ne? Also einfach so, weil ich brauch Holz. Ja, ich auch. Aber egal, ich hab keine Gänsehauten gerade. Das war so ein chaotischer Start jetzt, ey. Oder was meinst du? Wie? Das war ein richtig chaotischer Start. Ja, war komisch. So. So. Okay, ich hab ein bisschen Holz. So. Vicky. Lo, 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 lo. So. Habe nochmal Holz. Das Gefühl, ich muss gleich wieder niesen. Ich hör schon mal Stein, ne? Mach das. Oh man, war das ein Start. Generell, wie lange das gedauert hat. Wir müssen auf das Essen aufpassen, dass wir gleich wieder verhungern. Ich kenne mich, leider. So, mal gucken, wie weit wir unsere Base schaffen, bevor der Server abschmiert. Wieso, bevor der Server abschmiert? Irgendwann haben wir ja so viele Maschinen, dass der Server wahrscheinlich abschmiert. Muss ich nicht sagen. Ach, ich übertreibe gerne. Ach, was. Monsterjäger, Reds zerschnitzelt schon wieder. Schon gemerkt. Sind wir eigentlich weit weg in Spawn gelandet? Oh, wir sind wirklich weit weg. Set, hau bitte, nicht vergessen, sonst bist du beim Spawn wieder. Ach, ja. Da war ja was. Bis, Lash. Haum. Ach, Set, hau. Ups. Was hast du gemacht? Nur umgedrückt. Ach so. Ups. Nein, 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 nein. Ich will jetzt mehr hineinschmeißen. Perfekt. Zack, zack, zack. So, äh, ja, ich brauch hier von noch ein paar. Zack, zack, zack. Ich schmeiß dir mal was hin. Mhm. Äh, das hier schon mal. Ich schmeiß das direkt vor deine Füße, ist klar. Oh, warte, sorry. Ich mach mal Schwerter zwei schnell. Zack, zack. Mhm. Du brauchst wahrscheinlich noch eine Axt, ne? Ja, ja. Oh, alles, Digga. Ich hab perfekt Holz gehabt, ey. Schönes Holz, Axt. Ja, Dito, weg damit. So. Neh, ne, du. Hä? Oh, meine Nase macht gerade Mucksen, das ist gar nicht gut. Entweder niese ich gleich, Alter, oder meine Nase ist gleich richtig dicht. Boah, ich hasse... Oh, jo, das ist die Mod, wo die Bäume schnell verschwinden. Das ist nice. Das ist angenehm. Das ist generell so. Und wir haben Tinker drauf, ne? Ja. Das heißt Holzfäller-Mod... Oh, mein, Alter, Holzfäller, wenn wir ja so im Enmas haben dann. Was macht der da schon wieder? Was, 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 was? Was ist das? Schmilzt Eisenerz im Ofen zu einem Eisenbarren. Ist das dein Ernst? Jetzt schon? Da kommt drauf an, wo die gesponsert sind, ne? Du hast keine Schaufel gemacht, du Knaller. Achso, ja, ich mach selten Schaufeln, weil ich die nie brauche. Richtig, wirklich. Ja. Wollen wir erstmal in die Stadt gehen und mal da gucken, was da abgeht? Jo. Gehen wir in die Stadt mal zueinander, ne? Ich mach mal Mokos Monsterjäger. Hoffe ich. Oh Gott, sind die stark. Oh mein Gott, ist er stark! Ich hab so ein Skelett, ich hab so ein Effektskelett. Schön. Das ist... Oh Gott. Es schießt und explodiert alles. Weg. Dann stirbt doch. Half-Life, Half-Life, ha! Der erste der Schiff in diesem Fall. Ja, moin. Ah, ja. Oh, lol. Ich hab fettgekillt. Äh, was ist das hier? Leute, was ist das hier? Sieht geil aus. Ich klaue. Ich klaue. Ember! Das ist mein Lieblingsmod. What the fuck? Was machst du denn da unten? Hier ist Ember. Okay. Ein Embermod. Oh Gott, das brauche ich ab, das brauche ich. Da kann ich den Emberbohrer holen. Oh, ist das geil. Ja, mein Nase sagt tschüss. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Alter, wie geil ist das denn? Fikadada. Das heißt, ich muss jetzt auf Bedrock schnell kommen, weil ich die Maschine nur auf Bedrock bauen kann. Schein. Hä? Ich hab's gesagt, komm. Achso. Ich hab ja gesagt, das schein. Junge. Tschüss. Tschüss. Vor allem, wir haben hier noch Felder mit Essen. Nice. Oh Gott, die Nase. Ey, wüsste das dann ja auch ein Bituid sein, ne? Ja, normalerweise. Ja, normalerweise braucht man ja in der Nähe von so einem Ding. Und die brauchten wir ja auch irgendwann mal. Marble. Was haben wir hier jetzt? Okay. Marble ist natürlich wieder sick. Yay. Handbetriebene Beutzwerk. Worauf ich gehen werde, ist natürlich auf den Steinbruch. Ich hab noch keine Ahnung. Das ist so das, was ich als erstes machen möchte. Weil wenn wir einen Steinbruch haben, ist alles easy. Dann brauchen wir uns über keine Sachen gerade wirklich hart. Ja, ja, ja. Hör mal ruhig. Also, Deep Dark und Steinbruch. Deep Dark war ja erlaubt, ne? Das war ja nix verboten. Solange man das nicht anfängt zu legen. Deep Dark ist halt ne neue Welt. Ja, cool. Weißt du, was ne neue Welt ist. Wir müssen aber erstmal gucken, ob es anfängt zu legen oder nicht. Okay, ich hab sehr viele Sachen für meine Embers. Das ist nice. Das ist richtig nice. Dass man am frühen Start schon sowas bekommt. Tja. Aber wenn du Emma Sachen findest, bitte, ne? Nicht, äh, ignorieren. Doch. Nicht ignorieren! Hast du dir eigentlich schon überlegt, was für ne Baseball? Hä? Nö. Schon überlegt, ne? Ne richtig dicke, fette Base, dachte ich mir. Ich kann mal aus der Höhle wieder raus. Canola. Ne Kaffeemaschine. Oh, was? Kaffe? Ich will auch Kaffe. Ist echt ne Kaffeemaschine? Okay, hier haben wir sogar die Tote im Begeister. Warst du ja an den Ton schon dran? Ne, ne? Nicht ganz. Was haben die NPCs hier denn alles? Ach! Atomic Reconstructor. What crystal block? Alter! Was haben die denn hier alles? Hallo? Vampirzahn. Exeterium. Okay, ich hab altes Wissen. Geil. Ähm. Okay, jetzt hab ich, äh, äh, ne ganz geile Befürchtung. Wir können halt sehr schnell jetzt eigentlich Vampirjäger werden, wenn wir wollen. Wenn. Wenn, wenn, wenn. So, wen könnten dieses, äh, Eevee Craft, lalalalala. Okay, ich lass das mal. Ah, hier sind zwei Truhen, da sind halt so viele Sachen drin. Auch so ein Stab, den nehm ich mal mit. Ja, mach mal. Ich guck hier grad nur rum. Da sind Sachen, die kenn ich halt gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt mitnehmen soll. Hier sind halt extrem viele Sachen. Ich hab schon mal, Emerald-Rüstung hab ich sogar schon, Alter. Ehrlich. Bootspanzer halt. Ehrlich. Ja. Oh mein Gott, hier ist sogar ein Tippie, was du abgerissen hast. Beim Spawn halt. Oh, Railcraft-Bunker. Haben wir hier auch noch. Ehrlich. Ja. Ich guck mal, was da drin ist. Oh ja, hier gammeln die auch schon. Ja, sehr viele Skien. Also Skien. Oh mein Gott, lass mal alles plündern. Was mich jetzt interessiert. Rucksäcke. Rucksack. Gibt's Rucksäcke? Ne, ne? Müsste nochmal. Schwein, was? Schweinreichen Rucksack. Okay. Hä? Es gibt kein Backpack. Backpack. Ja gut, es gibt solche. Es gibt Basic Iron Backpack. Ja, es gibt solche, diese, diese, ne? Ja. Tier 1 Backpack. Was brauchen wir da? Diese, diese, ja. Leder und Wolle brauchen wir. Ich rette gerade nur wie ein Beklopter durch die Gegend. Mach gar nichts wirklich. Äh, ich hab hier Wolle. Ja. Hast du? Äh. Kann sein, dass die Tiere nicht sterben? Hä, doch. Bei mir ist irgendein Anzeige-Bug. Bei mir ist ein Anzeige-Bug. Wir haben eigentlich extrem oft viel Leben. Ja, fällt mir, das sehe ich auch gerade. Ja gut, wir haben auch so viel Leben, ne? Ja. Oh, bleib stehen. Ich hasse dich, hinterher zu laufen. Das ist ein Creeper. Ich will nicht zu weit laufen. Ich will nicht nur, dass du stirbst. Sankt. Wow, ich hab ne Seele von denen sogar bekommen. Wie geil ist das denn? Wow, ich bin Jerry. Wow, ich bin Jerry-Doof. Ey, du hast doch, du hast doch vorhin Leder wahrscheinlich bekommen, weil du die Pferde geschlachtet hast, ne? Nein. Das ist ja leistend, du hast Leder bekommen. Nein. Nur zwei Stück. Das reicht mir. Nein. Wie viel Wolle habe ich jetzt? Vier. Ich brauche auch nur vier. Und jetzt noch viel Leder. Hab ich schon mal ein Standard-Backpack. Das ist natürlich schon mal geil. Ey, Musikgeräusche. Mach mal. Bisschen lauter mach mal. Ohne Witz. Ich habe jetzt erst gerade mein fünftes Schaf und mein Schwert ist halb kaputt. Heul doch. Das ist krass. Boah, die sind aber schnell, Alter. Was? Scharf? Geht ja nicht um Geschwindigkeit. Scharf, 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 Scharf. Lecker Scharf. Mein Gott, wie groß ist denn das hier? Groß. Okay, warte mal. Hier oben ist ein Waste-Storn. Hast du den schon aktiviert? Ganz oben ist ein Waste-Storn. Ganz oben ist ein Waste-Storn. Hab ich doch schon gesagt. Ah. Da schmiede warst du wahrscheinlich auch schon, ne? Äh, ich glaube nicht. Oh, Eisenbach nehme ich natürlich gerne. Einiges habe ich nicht gesehen. Steal Eye, ooh, Darksteal Engine, Zombie-Herze, ein Hut, den nehme ich natürlich gerne an. Ein Hut tut so gut. Ich kann nicht alles mitnehmen, wir müssen mal gucken, wo wir hier mal so eine Base hinstellen. Ja, mach doch. Ich muss erstmal Options, äh, Steuerung und automatisch springen. Ist schon aus, aber warum macht man denn so doppelte Sprünge die ganze Zeit? Weiß er nicht. Lol. Achso, ähm, meiner kann klettern, kann einer auch klettern? Kann sein. Wo bist du? Dahinten, warum? Oha. Ich weiß nicht, ob meine klettern können. Wo bist du? Unten in der Höhle, wo du in der Nähe rein bist. Ah, lol. Okay. Ja, ja. Ähm, du weißt ja das Haus von dem Handwerker, ne? Nein. Echt jetzt nicht? Keine Ahnung. Ich habe nicht alles nachgegeben. Das ist dieses, das ist dieses Haus, was ich meiner Meinung nach jedenfalls am geilsten aussieht, mit diesem krassen Holz, mit diesem Handwerk. Engineering Handwerk. Kann sein, weiß ich nicht. Ja, äh, ich überleg gerade, ach nee, lassen wir einfach. Okay, nee, alles egal, vergessen wir es. Was? Ja, ich habe überlegt, ob war hier eine Base reinbauer. Oh, hier ist sogar Cooper Iron. Alter, hier gibt es so viele Sachen. Ah, gut. Okay, wir haben hier sogar Iron Rods haben wir hier. Sehr viele, okay. Wir haben einiges. Überall. Also, ich sage mal so, hier ist schon mal ein geiler Anfang. Ja? Ja. Cool. Neisser, 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 neisser anfangen. Neisser, scheisser, neisser. Okay. Stopp jetzt einfach, Mann. So. Siehst du das, Lila, ne? Äh, was ist Lila, ne? Im Chat, ne, ne? Ne. Wenn du Kristalle abbaust, kriegst du ne Lila, ne Nachricht. Okay. Komm her, stopp, dann habe ich mein Backpack, du ekliges Mistvieh. Du bist ein widerliches Mistvieh. Dankeschön. Töte aber nicht, Alter. Hättest du mir Leder gegeben. Töte aber nicht. Das war ein Esel. Töte sie nicht. Du sollst nicht deine Vorfahren töten. Ähm. Oh, ich wollte gerade sagen, Alter, weggepackt. Weckgepackt. Weckgepackt. So, ich baue mal hier schon ein Patron. Im Arsch gepickst. So, zack. Schmeiß ich da schon mal Sachen rein, die ich jetzt nicht so heftig brauche. Alter, spielt das Redstone-Boy-Ole. Saul, Gämschaf. Schafsehler habe ich. Nice. Äh, das ist weg, das ist weg. Grimble Clover. Ich weiß nicht mehr, was das hier ist, ey. Ah. Ne, weiß ich nicht. Weg damit. Weg damit. Erstmal weg. Erstmal alles so weg. Ich habe zwei richtig coole Stiebe. Da muss ich... Hast du? Boxer Factory Connection, Davies 96. Okay, wie ist das? Oh. Ähm. Ja. Was los? Äh. Äh. Ich habe eine Box hingestellt, geöffnet und habe erstmal voll viel Damage bekommen. Okay. Okay, die Box kann ich wieder abbauen. Ich habe gar nicht mehr was, die Box kann. Ich packe die erstmal weg, bevor ihr noch irgendwas spawnt, Alter. Kann sein, ja. So, ich baue noch ein bisschen Leder, weil das Vieh hat mir leider nicht genug gegeben. Pech gehabt. Wenn so eine Pferde... Ja, ich stütter an der Pferde hier. Sag, ihr Pech. Ist ja egal, wenn wir die Pferde killen. Nee. Ich finde, hast du gebrochen, diese Sch... Tin-Ohr. Arsch, Viecher. Ah. Tin-Ohr, Tin-Ohr, na-na-na-na-na-na. Wir brauchen Eisen, wir brauchen alles. Brauchen, ja. Ja, was ist das denn? Keine Ahnung. Experiments, okay. Ah, lol, Level. Oh, lol, flüssiges Level. Äh, nicht flüssiger, aber halt. Stinkt, ne Level. Soll, Esel. Ja, ich habe noch eine Seele für den Esel bekommen. Ist ja interessant. Ist ein Esel, deswegen... Das, das, das. Ey. Hm? Pass auf, was du da sagst, sonst komme ich rum. Weil hier gar keine Monster in der Hölle sind, irgendwie. So, jetzt habe ich schon mal Backpack. Wie mache ich das nächste Backpack? Natürlich aus Eisen. In the name of the Backpacks. Acht Eisen brauche ich dafür. Wie viel Platz habe ich hier? Was habe ich jetzt mehr Platz? Das ist schon mal was Nices. Ich habe ja auch noch meinen Stab. Nutzt er sich eigentlich ab? Also nicht. Oh, ich habe diesen Blitzstab. Weißt du noch? Der Blitz in den Himmel schießen konnte? Hab's gehört. Okay, ist natürlich nice. Okay, jetzt brauche ich... So, mal gucken, was ich jetzt hier noch finde und so. Eisen. Eigentlich müsste ich auch in der Höhle gehen dafür. Musst du. Ich gucke mal nach da hinten. Da hinten geht es runter. Ich gehe da erstmal lang. Ja, ja, ja. Okay, Kohle schon mal. Kohle ist natürlich auch... Neserquarz habe ich hier gerade gefunden. Quarz, erz. Achso, lol. Hey. Eisen. Ja, Neserquarz habe ich gehört. Hier. Aus dem Neser. What the fuck? Ich habe auch Quarz. Also, ne, Quarz habe ich. Hast du. Kopper brauchen warst du? Sagst du? Hm? Kopper sagst du brauchen, wa? Hab ich. Hab ich nicht. Glaub ich. Alter, meine Aktion ist schon kaputt. Das gibt es doch nicht. Guck. Hä, wie konnte sie gerade so schnell kaputt gehen? Hä? Oh, sowas gefällt mir nicht, wenn irgendwas so schnell kaputt geht. Oh, jetzt kommt hier wieder ein Zombie. Oder ist erstmal ein Zombie. Hui, 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 Ladi. Mach ich mal schnell kalt. Mach mal weg hier. Mag dich nicht. Mach mal weg. Sind keine Monster in der Höhle, irgendwie? Ja, die sind alle oben. Ich bekämpfe hier jedes Vieh gerade. Pech gehabt. Stirb. So, mal gucken. Hm. So. Ups. Natürlich nochmal so. So, so, so. Ey, gibt's nicht. Gibt's ja wohl. Hey, hola. Mir fehlt ein Stein gerade. Das ist, ach, nein. Nein. Ach. Dieses Auto geht mal so auf die Eier, ne? Hast du es nicht aus? Nö. Nö. Unter Steuerung findest du das? Äh, wo denn? Äh, du gehst Einstellung, Option, Steuerung und dann gleich oben diese vier Einstellungen. Ganz rechts, das rechtsuntere ist automatisch springt ein und aus. Da. Was hast du für Geräusch? Oh. Es geht einer Woche auf die Eier, das Auto spüren. Meine Frisse. Wie kommen wir auf so eine Idee, sowas einzuführen? Hm. Warte, wenn du Sachen abbaust, ne? Ja, irgendwer mag das bestimmt. Ja, für Leute, die einfach nur... Oh Mann, ich hasse euch, Mistviecher, verpisst euch. Nerv nicht. Warum nervt ihr so hart? Richtig fein. Ja, irgendwas. Rüstungsteil aus Eisen. Die gehen und holen sich sofort Rüstung, ey. Äh, dann übertreiben wir mal gleich. Aber klar. Fuck, 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 fuck. Klar, klar, klar. Dem, 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 dem. Okay, jetzt ist es natürlich doof. Ich hab nix mehr, ich hab keine Waffen mehr. Toll. Okay. Mann, verpiss dich. Bin ich geladen in Sid, sehr gut. Sid ist Quarz. Die hat Langeweile, der Typ. Die meinen gerade halt, ne? Das ist stark. Hm. So, weg mit dir, Arschloch. Mach mir doch was. Jetzt kannst du schon viel. Oh Gott, du hast Speed. Oh, ich hasse euch, ich hasse euch, Effekte. Mann. Immer noch Nacht, Alter. Wie lange, denn? Oder wieder Nacht. Ne, so schnell doch nicht. Hoffe ich. Vielleicht nicht. Ah, ich brauch jetzt einfach mehr Eisen. Ich geh jetzt erstmal Eisen fahren. Mach doch. Also besser mein Backpack, so besser ich. Dark Ore. Kann ich nicht einfach und schade. Das gibt ja viel zu viel, ey. So wie immer, ne? Warum machen wir das? Weil wir Lust haben. Ich meine, vor allem, wenn wir mal Wattpacks für 1.800 sind. Wollen wir Lust haben. Ja, gut. So, gib mir die Kohle, Kohle, Kohle. Gib mir die Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Schupptidu. Okay. 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 Ja, gut. Dann brauchen wir Kohle. kohle ist ja hier überall so okay 25 stunden kann ich noch aufnehmen in der qualität ich hasse das witzige ist ich baue neben dem haus nicht im haus neben haus ich habe ich das habe ich das habe ich das habe ich das merke ich habe ganz viele das wichtigere als erste sind jetzt schon mal was man brauchen denn für ein uranium aber Ach, ja. Verbesser deine Spitzsacke. Tu das mal. Geht das denn? Verbesser deine Spitzsacke. Verzaubern. Ehrlich? Äh, Tinker. Tinker? Ach, die machen schon Tinker? Ja, haben sie wahrscheinlich in einem Dorf so ein Tinker-Ding gefunden. Musst du nicht unbedingt hier unten was zu klären, da brauchst du ja nur noch Sand. Okay. Ah, das ist viel zu schnell. Vielleicht sollten wir die mal rauskicken. Yes, Edge. Dark Ore. Keine Ahnung. Was ist denn Dark Ore? Dark Game? Klappe zu. Blutmagie ist natürlich auch geil, ne? Haben die schon recht mit den ewigen Fliegen. Solange die Blutbank reicht. Ja. Du willst das eine machen, dann willst du doch das andere machen. Da, Minenbohrer. Nein, nicht Minenbohrer. Oh, ich such gerade hier den Steinbruch. Ja. Hier ist die Pumpe. Heißt der jetzt automatische Werkbeine? Heißt der jetzt Minenbohrer? Hast du auch auf Deutsch wahrscheinlich umgestellt. Oh, ohne Witz. Mist, Vieh. Alter, du, es ist Tag. Boah, ich hasse es. Ich hasse euch Viecher. Warum habt ihr Effekte? Das ist total sinnfrei. So sinnfrei wie du? Ne, ich töte ihn jetzt, ey. Ich töte ihn jetzt nicht. Er wehrt sich nicht, Alter. Guck. Mach dich fertig. Er schützt dich mit deiner Rüstung. Ah ja. Was denn? Ah ja. Hat er schon wieder Rüstung, ohne mich. Wenn du da unten bist, ist er was schuld? Oben. Oder da oben. So, neuer Tag, neues Glück, würde ich mal sagen. So, jetzt habe ich Iron Backpack. Ja, guck mal, du hast Backpack, ne? Ja, ich habe schon Backpack. So, sei mal ruhig. Jetzt ist es Gold. Schmeiß immer mal ganz Sachen da rein. So. Also, sei mal ruhig da. Ich bitte dich. Nicht. Kann man eigentlich den aufsetzen, oder so, das Backpackchen? Oh, jo. Ah, nee, in die Zweiten kann man es nehmen. Oh, das ist natürlich praktisch. Stimmt, wir haben zwei Hände. Ah. Ah ja. Habe ich noch Kohle? Kohle habe ich noch. Das bedeutet, Hummelfleisch berate ich mal durch. So. Oh, mein Helm ist unzerstörbar. Alles klar, okay. Meine Rüstung? Warum? Da hat die... Was? Warum? Weil da noch nichts abgegangen ist. Und das hat keine Rüstungs... Also, hat Rüstung, aber hat halt hier keine Anzeige, wie viel Leben das noch hat. Okay. Warum? Das ist so ein Magiehelm, steht da. Warum? Hast du Magiehelm? Gefunden. Warum? Im Dorf gefunden. Warum gefunden? Aber so. Ich hatte Lust. Oh mein Gott, okay. Das ist eine große Höhle, da will ich jetzt mal gucken gehen. Aber erst mal muss ich hier die Lava ausmachen. Oh, es stört schon ein bisschen die Lava. Warum? Wollst du aber sterben? Ich will aber nicht sterben. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen Holz bitten. Hey, ich habe hier ein Weg mit dem Holz drin. Ja, doch, reicht eigentlich. Okay. Cooler. Okay. Also, wir müssen mal entscheiden, mit was wir anfangen. Wieso? Wir können auch unterschiedlich mit Sachen anfangen. Mit was willst du denn anfangen? Na, mit Hausbahn. Ich meine ja, ich meine gerade so Modpacks mäßig, ne? Hausbahn. Soul Game. Mhm. Hast du eine Seele gefunden? Vom Pferdbeck. Bist du gerade oben wieder? Mhm. Jetzt bin ich unten, du bist oben, ey. What the fuck. So. Warte mal, ich brauche mir hier mein Backpack. Backpack. Hier, hier, Uli. Nein, ich dachte, ich hätte Option, Grafikeinstellungen. Hier, Luni. Ja.